So, nun ist es endlich soweit, dass wir die Auslosung vom Murmansk-Video machen, weil ihr habt ja mitbekommen, dass jeder Kommentar dazu beiträgt, an der Auslosung für das Gewinnspiel mitzumachen. Das heißt, ihr werdet in den Nachrichten, die ihr hier findet, das heißt, ihr müsst einfach hier oben auf YouTube Studio gehen, so ist es zumindest bei mir, und dann gibt es Community und hier den Reiter Nachrichten. Da wird derjenige von mir dann den Code erhalten, der da jetzt gewinnen wird. Das Plischkowitzer-Video wird natürlich auch noch separiert, ausgelost, aber hier geht es jetzt um die Murmansk und da gibt es den Code diesmal direkt von mir. Dann müssen wir jetzt einfach nur eins machen. Ich brauche den YouTube-ID, dann gehen wir hier in den Random Comment Picker, Load Comments, dann Randomly Pick Winner und der Michael Schütz hätte ich gern. Hier in dem Fall hat er Glück, dass er kein World of Warships Nick genannt hat, weil hier war es nicht notwendig. Bei dem Plischkowitzer-Video wird es wieder so sein und da geht es dann wieder über den Warships Nick, weil der wird wieder direkt von Wargaming verteilt. Aber hier, Michael Schütz, Glückwunsch, du bekommst die Murmansk, den Code bei deinen Nachrichten direkt. Ansonsten, wie gesagt, alle anderen wünsche ich weiterhin viel Glück und ich hoffe, euch gefallen die Gewinnspiele und mein Kanal. Von dem her würde es mich natürlich einen Daumen wie immer sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.